Oder ich nutze Aktionen meiner Karte. Hier hin. Machst du ein Video? Mit Dabiton? Ah, nee. Ich kann ja Tennisäte zogen, bitte. Unboxing-Videos sind beliebt. Die meisten sind professionell. Ich spiele diese Karte an. Jetzt ist es unprofessionell. Zwei Werdensteller und zum Beispiel auch ein Gärtner. Ein Brett und ein Siegelstein. Bauherr kann ich wachen, wenn ich acht Gebäude bauche. Grün. Blau. Helllila. Dunkelgelb. Rot. Wo sitzt du, weil es zu hoch ist? Und ein Haufen Pöppelmaterial. Jawohl. Pfeil und Boge. Unglaublich. Unglaublich. Das ist ein Yeti. Wissenschaftspunkt. Jopaka. Nein. Nervig. 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 Sack. Beutel. Leere Schachtel. Weg. Jawohl. Jawohl. So, jetzt geht's los. Zack. Zack, 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 Attacke. Falsch rum. Richtig rum. Erster. Ich habe den Leber. Ich habe den Verlierer mit. Klaus, du bringst unser Video von Entdecker durcheinander. Da gibt es nämlich keinen Rucksack. Was püppeln wir eigentlich aus? Klub der Erfinder. Von Asmodee. Sauber. Sieht ein wenig rabiat aus, aber schön. Da ist die Ecke kaputt. Das ist rausgeflogen. Die sind am Anfang rausgeflogen. Aber sie müssen beide in der selben Zone. Die sind da. Die sind brutal dick, die Dinger. Wahnsinnig dick, ja. Richtig edel. Wer braucht schon Hightech-Ausrichtung für ein Unboxing-Video, wenn man es total dilettantisch mit dem iPhone machen kann? Ungeplant. Ungeplant und total chaotisch. Sag das Ding nicht. Hä? Sag das Ding nicht. Wir sind organisiert. Galileo Galilei. Und? Robert Boyle. Bläs Pascal. Der hat mich schon der Schule immer geärgert. Was war denn der? Jetzt wird es interessant. Die kenne ich nicht. Was ist das? Madame Love Letter. Du musst da drücken, wo er ausgepöpelt ist. Ja, habe ich gesehen. Ich kenne ihn nicht. Das heißt mit Love Letter. Ich weiß. Jutta, mach langsam. Das sieht gut aus. Den kenne ich. Gib mal rüber. Der Benjamin Franklin. Der war mal Präsident und hat den Blitzableiter erfunden. Hast du das gewusst? Benjamin Franklin hat den Blitzableiter erfunden. Ach, ich bin eh das. Der nett. Der war auch ein Genie. Der Mann mit der Dampfmaschine. Der Klugscheißer hier. So. Wen hast du da? Der Hippokrates. Der war? Mathematiker. Quatsch. Mathematiker. Denker. Dichter, Denker, Mediziner. Er hat wenig Denker. Da gibt es null Punkt. Ich glaube, er hat viel Zimme gemischt. Wir können auch nachgucken. Da ist ein Heft dabei. Biografien der Erfinder. Da kannst du es nachlesen. Da Aris Toteles. Archimedes. Edison. Meri. Da sind alle drin. Das ist ein Traum Michaelis. Na ja, dann fangen wir an und dann melden wir uns noch im Spiel und zeigen, wie es war. Schön. Der wird jetzt nicht ausgetankt. Nein.